Hier ist GWW und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Rainbow Six Siege, die sogar im Team-Left-Match bereits sichern im Haus. So, und dafür nehmen wir, 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 wir... Ich weiß gerade selbst nicht. Ich würde sagen Echo. Ich muss mir irgendwann wieder Rank machen, ohne Satz. Let's damn time. Oh, nicht hier, Alter. Ich hab gedacht, ich sterbe. Die Drohne der Gegner hat einen E-Fahrgutsbehälter gefunden. Meine Munition ist leer. Boden ist sicherer. Ich bin hier weg, ja. Es bleiben 10 Sekunden. Weil du da unten nichts verteidigen kannst, das ist ohne Sinn. Die Drohne der Gegner hat den Bio-Gefahrgutbehälter lokalisiert. Ich lege Stacheldraht aus. Was ist hier los, Alter? Ich muss weiter. Was ist hier los, Alter? Werfe Splittergranate! Werfe Splittergranate! Die Drohne der Gegner haben den Bio-Gefahrgutbehälter geschützt. Die Drohne der Gegner sichern den Bio-Gefahrgutbehälter. Sofort eingreifen. Michael, du Bastard. Hä? Die Drohne der Gegner haben den Behälter gesichert. Die Vision des eigenen Trupps gescheitert. Ey, ich hab den gar nicht gesehen. Ey, ich hab den nicht mal gesehen. Ich hab gedacht, wir werden clean. Ja, aber ich hasse diese Bombs, das Ding zu verteidigen da unten. Das ist ohne Sinn. Das kriegst du nicht verteidigt. Schlechter Start, muss man zugeben. Gute Arbeit, der Bio-Gefahrgutbehälter wurde lokalisiert. Nicht mein Baby, nicht mein Baby, nicht mein Baby. Motherfucker. Warte mal. 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 Oh mein Gott, geh doch da weg, Alter. Okay. Letzter verbleibender Gegner. Keinlich einen Hauptsicher und den Nimo-Behälter schützen. Eigener Drucker hat Gegner eliminiert. Irgendwie kann ich mit dem Xbox-Controller irgendwie besser helfen, ich weiß nicht warum. Das ist irgendwie sehr, sehr merkwürdig gerade. Sehr, sehr merkwürdig. All right. Die Gegner haben den Juro-Fagos-Behälter lokalisiert. Ich platziere ein AVS. Ey, wir müssen mir gerade verraten warum. Zehn Sekunden. Hä? Ey, wo ist denn das Ding gerade? Ich bin gerade, auch da ist das Ding. Du schützt den Juro-Fagos-Behälter um jeden Preis. Ich kann es mal mit ihm der Granaten. Ich bin gerade. Ich bin gerade. Das ist ein Ding. Ich bin gerade. Das ist ein Ding. Da ist er so gut voran. Da ist er so gut voran. Warte. Das war, Jungs, das war, das ist der Ingo. Nice. Wieso zählen das Niga als Kill-Assist mit Echo, äh hier mit Yokoi? Achso, Fan-Maitami, das ist gut. Obwohl, warte mal. Mami, die war so rum. Der Bio-Gefahrgutbehälter muss jetzt lokalisiert werden. Gute Arbeit. Der Bio-Gefahrgutbehälter wurde lokalisiert. Noch 10 Sekunden. 5 Sekunden bis zum Einsatz. Bio-Gefahrgutbehälter lokalisiert. Weiter zu seiner Position. Keine Munition mehr! Was? 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 WS0! WS9! WS7! 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 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Mit Sicherung des Behälters fortfahren, sobald die Bedrohung neutralisiert ist. Oh shit. Gar, ich wollte vor allem in Team K. Weg geholt. Rauchranade im Falle sind. Fenster verbleibender Gegner. Ich hasse es. Ups. Na weiss nicht noch, wir sind jetzt noch gedreht bzw. gewonnen. So Leute, ich bin bei euch fürs Zuschauen, bis zum nächsten Part vom R1-60-Spielsein. Haut rein. Und tschüss. Obwohl, krieg ich wirklich einfach weg? Eher nicht. 0. 1. 1.